Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, es werden auf jeden Fall ein paar Abgänge oder zumindest Verträge laufen aus und wir wollen natürlich gerade jetzt nochmal über diese Verträge sprechen. Welchen Spieler würde ich zumindest auch wirklich alles geben, um mit dem nochmal zu verlängern? Oder welchen Spieler sage ich, ne, da würde ich jetzt kein Pfiffling mehr drauf wetten oder allgemein auch, das ist leider unrealistisch oder auch, ja, der FC brauche ihn nicht oder wie auch immer. Deswegen, ja, wie gesagt, eure Meinung gerne da auch zu in die Kommentare. Würde mich immer sehr interessieren, was ihr sagt und wir legen direkt mal los. Ja, wie gesagt, die Kandidaten sind klar. Ich habe sie hier auf dem Zettel. Jonas Hector zum Beispiel, Kingsley Schindler, Matthias Köbig, unser dritter Torhüter, Tim Lemperle, Timo Horn, Jeff Jabot, Marc Uth und Sebastian Andersson sind die Spieler, wo jetzt die Verträge, wie gesagt, im Sommer auslaufen. Wir beginnen direkt mal mit unserem Kapitän, mit Jonas Hector. Ja, bei ihm weiß man es ja nicht wirklich. Andererseits kann man ihm auch zutrauen, dass er den Vertrag beim 1. FC Köln vielleicht nochmal um ein Jahr oder auch vielleicht zwei, ja, nochmal verlängert. Es kann aber auch durchaus sein, dass er sagt, nein, für mich ist das Fußballspielen vorbei. Dass er einen neuen Verein sucht, glaube ich, eher weniger. Das ist meiner Meinung nach eher ausgeschlossen oder eher, ja, nicht realistisch. Was heißt nicht realistisch? Das kann auch passieren, gar keine Frage. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass er sich jetzt nochmal einen neuen Verein sucht. Dann glaube ich eher, dass er sagt, nein, ich mache nochmal ein, zwei Jahre beim 1. FC Köln. Es kann aber auch gut durchaus sein, dass er halt dieses, ja, dass er halt sagt, nein, ich mache den Vertrag nicht weiter. Ich hänge meine Fußballschuhe an den Nagel. Wie gesagt, jetzt hat er ja auch bei der deutschen Nationalmannschaft klar gesagt, dass er es nicht mehr macht. Heißt aber lange nicht, dass er beim FC sagt, nein. Also von daher, ja, bei ihm ist es natürlich ein Fragezeichen. Ich würde mir natürlich extremst wünschen, und ich glaube, das spreche ich auch für viele FC-Fans, wir würden uns alle natürlich freuen, wenn Jonas Hector noch ein bis zwei Jahre beim 1. FC Köln machen würde. Aber wie gesagt, auch das ist leider nicht sicher. Wie gesagt, ich würde alles dafür tun, um ihn zu halten. Da gibt es halt leider andere Spieler, wo ich sage, macht das Jod. So, wir fangen mit dem nächsten Spieler an, und das ist Kingsley Schindler. Ja, Kingsley Schindler kam ja aus der 2. Liga, ich glaube, von Heulstein Kiel, zum 1. FC Köln. Ja, er ist ein solider Spieler. Er ist jetzt kein Spieler, meiner Meinung nach, der jetzt irgendwie überragend ist, so jetzt, sag ich mal, wie Jonas Hector, wo man sagt, ey, den muss man unbedingt halten. Schindler ist allerdings aber auch gut in, ja, in Comeback-Sachen, oder allgemein in Einwechselspieler-Sachen. Also, ich würde ihn wirklich auch als, ja, als Ersatzspieler sehen, jetzt nicht als Stammspieler, aber er kann halt immer mal wieder gut kommen, gerade, wenn Florian Kainz mal raus muss, oder Dejan Lubicic, oder auch Benno Schmitz auf der rechten Seite zum Beispiel, da hat er ja auch schon öfters ausgeholfen. Ne, also wie gesagt, er kann ja Flügel spielen, er kann auch rechter Verteidiger spielen. Also, von daher ist er da auf jeden Fall variabel einsetzbar, und ich persönlich fände es gut, wenn er auch da den Vertrag vielleicht verlängert. Einfach, dass wir einfach auch nochmal einen in der Hinterhand haben. Ja, Matthias Köbig ist, ja gut, der ist halt da. So, ne, also, wie gesagt, wir haben ihn Gott sei Dank bis jetzt noch nicht brauchen müssen, dadurch, dass Marvin Schwäbe die Nummer 1 und Timo Horn die Nummer 2 bis jetzt, ja, entweder, ja, immer, also Marvin Schwäbe, seitdem er ja eigentlich beim 1. FC Köln da ist, war er auch bis jetzt Gott sei Dank noch nie verletzt, oder ist Timo Horn am Ende, und wenn Timo Horn ran musste, war er auch immer da, also, von daher mussten wir bis jetzt nicht auf Köbig setzen. Ja, wie gesagt, das ist tatsächlich so ein Spieler, oder allgemein, ja, so eine Position auch, wo man sagt, yo, wenn er verlängert, okay, wenn er nicht verlängert, auch nicht schlimm. Ne, dann gibt's einen anderen Ersatzkeeper, wir haben ja sogar noch einen, der Name ist mir gerade bei entfallen, mit Jonas, heißt der Jonas, 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 äh, na, sag schnell, mir fällt nur der Vorname ein, Jonas Übrig, Übig, 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 meine ich, genau. Ist ja auch aus der Köln-Jugend, ist auch noch sehr, sehr jung, also, so Köbig ist, glaube ich, relativ schon älter, sag ich mal, also, von daher kann es durchaus sein, dass er da den Vertrag tatsächlich, ähm, ja, nicht verlängern wird. Tim Lemperle ist der nächste Kandidat, und da wäre ich echt traurig, wenn er nicht den Vertrag verlängern würde. Er hätte natürlich allen Grund, weil er einfach immer noch nicht gesetzt ist, äh, er hat auch beim 1. FC Köln jetzt gerade auch in dieser Hinrunde wenig bis gar keine Spielzeit bekommen, also, von daher, ähm, ja, ich glaube, gegen Leipzig hat er, äh, Spielzeit gehabt, und da hat er, glaube ich, auch getroffen, ähm, aber das war halt auch wirklich, also, die, die, die Spielzeiten, die er da bis jetzt bekommen hat von Steffen Baumgart, die kannst du an einer Hand abzählen, also, das ist sehr schade, weil, wie gesagt, ein Tim Lemperle eigentlich es auch verdient hat, auch mal ein bisschen mehr zu spielen, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, wenn Steffen Baumgart das Gespräch mit ihm sucht und ihm auch sagt, dass er die nächste Zeit mehr Spielzeit bekommt, dann kann man gerade auch ihn vielleicht auch nochmal überzeugen, beim 1. FC Köln zu verlängern, aber wenn das eben nicht der Fall ist, wenn Baumgart klar symbolisiert, dass er nicht genug Spielzeit bekommen wird, dann, glaube ich, wird Tim Lemperle den Verein verlassen und, äh, ja, der FC wird ihm dann auch keine Steine in den Weg legen, ähm, wie gesagt, er wird dann sehr wahrscheinlich vielleicht in der 2. Liga oder vielleicht bei, ja, so einem SV Werder Bremen oder auch beim FC Schalke, ne, so solche Vereine halt, die da unten auch mitspielen, ähm, ja, wird er vielleicht auch dann unterkommen. Ähm, ich fände es allerdings sehr, sehr schade, wenn er den Verein verlassen würde. Nächster Kandidat, was ich auch sagen würde, wo ich auch sehr, sehr traurig drüber wäre, wäre unser Kölschi-Jungen, unser Timo Horn. Ja, Timo Horn, wie gesagt, ähm, fände ich halt sehr, sehr schade, wenn er den Verein verlassen würde. Allerdings deutet leider alles darauf hin, Timo Horn ist natürlich mit seiner aktuellen Situation total unglücklich, weil er will natürlich spielen. Er will die Nummer 1 sein bei seinem Heimatverein, ähm, und wie gesagt, es sieht alles danach aus, dass er auch den Verein vielleicht verlässt. Vielleicht bleibt er auch, wie gesagt, wenn da gute Gespräche noch geführt werden. Allerdings glaube ich eher nicht daran, weil Timo Horn immer wieder gesagt hat, dass er die Nummer 1 sein möchte und an Marvin Schwäbe kommt er nun mal zurzeit nicht vorbei. Und wie gesagt, es wäre einfach unfair gegenüber Marvin Schwäbe, wenn da Timo Horn halt gesetzt wäre, äh, wenn Marvin Schwäbe aber klar die bessere Leistung zeigt und Timo Horn nur das Argument hat, ja, ich bin hier groß geworden, das ist mein Heimatverein und, ne, also, wie gesagt, deswegen, ähm, glaube ich auch da leider an einen Abschied von Timo Horn und dann müssten wir uns halt auch im Sommer neu verstärken mit einer guten Nummer 2. Die halt auch, wie so ein Kessler, halt dann da ist, wenn man ihn braucht, aber auch dann auch ruhig auf der Bank sitzt und sich auch mit dieser Situation im Klaren ist. Dass er halt die Nummer 2 ist beim 1. FC Köln. Kommen wir nun zum nächsten, äh, naja, zum nächsten Spieler und das ist Jeff Jabot. Ja, Jeff Jabot war, glaube ich, ausgeliehen, zwei Jahre. Jetzt, äh, ist sozusagen die Laie vorbei, glaube ich. Bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, das wäre so. Ähm, ja, Jeff Jabot, ein solider Abwehrspieler, würde ich einfach mal so sagen. Ein solider Abwehrspieler, kann man gut mal bringen, äh, wenn ein Kilian, wenn ein Hübers, äh, mal, äh, Pause braucht. Ähm, wie gesagt, das ist wirklich jetzt nicht verkehrt. Ähm, ja, wie gesagt, Jeff Jabot hätte nichts gegen, wenn er da auch, äh, verlängert. Einfach jetzt nicht als, ähm, ja, Startelf-Kandidat dauerhaft, aber er kann halt auch immer mal wieder gut kommen. Oder man kann ihn auch öfters mal einsetzen oder gerade auch in der, in der Anfangsphase mal reinbringen. Also in dem Fall in die Startelf bringen. Aber jetzt, sag ich mal, so wie es jetzt eigentlich läuft, finde ich es eigentlich ganz gut, dass man eigentlich so die, die Stammabwehr hat mit Kilian und Hübers. So, und dann kann man immer mal wieder, gerade wenn man dann mal englische Wochen hat, auch mal wechseln, einmal rotieren. Äh, also das ist nie verkehrt und deswegen, äh, fände ich es auch gut, wenn Jeff Jabot beim 1. FC Köln bleiben würde. Kommen wir nun zum nächsten Spieler und auch ihr, der konnte leider jetzt diese Saison noch nicht wirklich viel zeigen. Durch seine Verletzungen hoffe natürlich, dass das, äh, ja, besser wird. Denn auch das könnte natürlich seine Entscheidung noch mal, äh, beeinflussen im Thema, äh, Vertragsverlängerung. Denn, äh, wie gesagt, wenn er jetzt nicht fit wird und merkt, der Körper sagt nein, dann überlegt der Spieler sich natürlich noch mal den Vertrag vielleicht zu verlängern. Die Rede ist von Marc Uth. Ja, Marc Uth, wie gesagt, hat leider die, äh, ja, Spielzeit nicht wirklich, also er hat das DFB-Pokalspiel noch, äh, miterlebt oder mitmachen können komplett. Ähm, wir sind ja dann unglücklicherweise, ausgeschieden. Ja, dann kam er mal wieder, immer wieder mal so für die Schlussminuten, für die letzten 10 Minuten kam er dann immer mal wieder rein. Dann war er mal wieder komplett raus. Dann, ne, also wir kennen das leidende Spiel ja von Marc Uth. Und, ähm, ja, ich persönlich würde mich natürlich extremst freuen, wenn er, wie gesagt, verlängern würde. Hab ja auch hier den Namen noch drauf auf dem neuen Trikot von, äh, ja, von dieser Saison. Und, ähm, wie gesagt, ich, wäre es, fände es natürlich mega cool, wenn er den Vertrag auch verlängern würde. Ähm, sehe es eigentlich auch als, ähm, also sagen wir mal, er wird, äh, wieder gesund und er kann auch wieder voll Fußball spielen. Dann sehe ich da eigentlich gar keine Probleme mit, dass er diesen Vertrag auch verlängern wird. Also, von daher gehe ich da jetzt einfach mal von aus, dass Marc Uth auch, äh, ja, über die Sommerpause hinaus beim 1. FC Köln kicken wird. Kommen wir nun zum nächsten und zum letzten Spieler. Und bei dem Spieler bin ich mir absolut sicher, dieser Spieler wird den Verein verlassen, beziehungsweise wird vielleicht auch die Karriere beenden. Ähm, und die Rede ist von Sebastian Andersson. Ja, Andersson kam eigentlich nie wirklich beim 1. FC Köln an. Hat zwar im Relegationsspiel gegen Kiel im Rückspiel sehr, sehr gut gespielt. Hat auch da seine 2, 3 Tore, glaube ich, gemacht. Äh, von daher hat er ein sehr, sehr gutes Spiel da gemacht. War auch eigentlich sein letztes, bestes Spiel vom 1. FC Köln. Danach, äh, ja, war er eher nur noch außen vor. Jetzt hat er auch noch eine Knie-OP hinter sich gehabt. Kommt auch nicht wirklich, äh, ja, von seiner Verletzung weg. Also von daher glaube ich auch fast, dass er gar kein Spiel mehr für den 1. FC Köln machen wird. Auch jetzt in dieser Saison. Ähm, und gerade wegen seiner Verletzung, wegen seinen Knieproblemen, wegen auch seinem Alter, kann ich es mir eigentlich sehr, sehr gut vorstellen, dass er die Karriere beenden wird. Und somit auch endgültig beim FC, äh, weg ist. Der FC war ja auch schon lange bemüht, ihn irgendwie abzugeben noch. Irgendwie doch noch den letzten Groschen, sag ich mal, für ihn zu bekommen. Es war allerdings nicht der Fall. Also von daher wird es auch für Sebastian Andersson, wenn er doch sagt, ne, ich, meine Karriere ist noch nicht zu Ende und er will nochmal irgendwo anfangen, wird es halt extrem schwer, irgendwo einen Verein zu finden, sag ich mal. Wenn man, wie gesagt, auch jetzt schon, äh, ja, über, ich glaube jetzt über ein Jahr, schon nach einem neuen Verein sucht für Sebastian Andersson, ähm, und es ist bis jetzt nichts passiert. Deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr schwer wird. Aber der Vertrag wird, gehe ich mal stark davon aus, also sehr stark, das ist fast schon fast zu 100% sicher, dass der Vertrag von Sebastian Andersson vom FC auf jeden Fall nicht verlängert wird. Ja, das sind die Spieler, die halt im Sommer, sag ich mal, den Vertrag ausläuft, dass jetzt halt der Keller sagen muss, da muss ich ran. Also wie gesagt, nochmal, um kurz hier den, äh, das Video nochmal, äh, ja, zu sprengen. Nein, natürlich, um nochmal grad, äh, Revue passieren zu lassen. Also, welchen Spieler, welche Spieler würde ich gerne behalten? Ganz klar, Jonas Hector, ganz klar, Kingsley Schindler, Köbig, wäre mir eigentlich, also wie gesagt, das ist wie hüpft und gesprungen, also, ne, der spielt eh beim FC eigentlich nicht so eine große Rolle, außer, dass er halt auf der Bank sitzt. Tim Lemperle fände ich es schade, aber ich kann es auch verstehen, wenn er eine neue Herausforderung sucht und auch möchte. Tim Mohorn fände ich es auch schade, aber auch da glaube ich eher weniger, dass er den Vertrag verlängern wird. Jeff Jabot, glaube ich, das ist, äh, okay, das kann man machen, gerade als Backup-Spieler ist das wirklich, äh, sehr, sehr gut, genauso wie Schindler. Marc Uth, meiner Meinung nach auch eine Vertragsverlängerung, ähm, würde ich auf jeden Fall mich bemühen und, äh, bei Andersson ist es halt komplett andersrum, da würde ich halt sagen, Marit Jodt, Schwinge Hoth, Marit Bester, Schwinge Messer, also wie gesagt, das ist halt, ja, wie gesagt, leider ein Fehlkauf gewesen oder allgemein auch, äh, kam Andersson leider nicht wirklich gut beim FC an, deswegen bin ich da nicht so traurig, wenn er, sage ich mal, uns verlassen sollte oder in dem Fall der Vertrag nicht verlängert wird. Ja, schreibt gerne mal eure Meinung zu den, äh, Kandidaten in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren, wollt ihr den Jonas Hector auch in dem Sommer oder über dem Sommer hinaus sehen? Ich denke mal, da gibt es nur eine Antwort. Oder auch Tim Lemperle, das interessantere Thema, sage ich mal, Wie seht ihr das? Soll er beim FC bleiben? Oder sagt ihr, nein, er wird beim FC keine Zukunft mehr haben? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das gleiche gilt natürlich auch für Marc Uth und Jeff Jabot. Wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr mehr davon seht, wenn ihr mehr solche Videos sehen möchtet, dann abonniert auch gerne diesen Kanal, würde mich extremst freuen. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis dahin macht's gut, euer Niklas und ciao.